Nissin Soba Nudeln mit japanischer Yakisoba Soße. Deckel und Folie entfernen. Die Gewürzmischung entnehmen. Mit kochendem Wasser bis zur Becherinnenlinie aufgießen. Den Becher mit dem Deckel schließen. 3 Minuten ziehen lassen. Vorsichtig das Wasser durch die Öffnungen im Deckel abgießen. Bitte auch die Zeichnung auf der Becherfolie beachten. Würzsoße dazu geben. Gut umrühren. Fertig. Fertig. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Und dann noch ein bisschen mehr Zitrug. Jetzt kommt ein bisschen weiter mit Wasser, aber es macht es nicht mehr so. Zitrug auf den Knobel. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.